Ob ich so wohl Freunde finde? Warum nur? Warum haben sich denn jetzt schon die ersten Gräppchen gebildet? So ein Mist, ich muss mir was einfallen lassen sonst. Allgemein sollte man von Typen nicht zu viel erwarten. Das einzig Wichtige ist, dass der Typ dir aus der Hand frisst. Findet ihr nicht auch? Oh, mein Schatz ruft an! Hallo, mein Schatz! Kannst du mal aufhören, mich Schatz zu nennen? Hallo, Ayumi. Ja, das hab ich mir auch bedarf. Ich mein, Erika und ein Freund. Ich weiß mich schon die ganze Zeit, ob das alles überhaupt stimmt. Ich mich auch. Ich hab ihn nämlich nicht einmal gesehen. Was? Du auch nicht? Nein, sie sagte mir, dass sie angeblich noch nicht mal ein Foto... Ich hab die Idee, alles was ich brauche ist ja eigentlich nur ein Foto. Hast du mich fotografiert? Was? Der auf dem Foto ist echt dein Freund? Nie im Leben. Also, ich glaube, dass ich den Kerl von irgendwoher kenne oder schon mal gesehen habe. Der Prinz! Hä? Aus der Klasse 10a. Yoyasata! Oh nein! Kann es vielleicht sein, dass du dringend Hilfe brauchst? Du kannst mir gerne erzählen, was dich bedrückt. Ich hör dir zu. Wie nett ist der denn? Dann spiele ich ab. Heute ist dein Freund, dann fliegt dein Schwindel nicht auf, okay? Aber vorher drehst du dich dreimal um dich selbst und hältst wie ein Hund. Hühnchen? Tja, eigentlich ist es mir auch ziemlich egal. Aber vielleicht kann es passieren, dass ich dein Geheimnis aus Versehen ausklaudere. Du naives kleines Wurfgarn. Was willst du? Was könnte ich wohl wollen? Pass doch auf, ich werde ja noch total nass. Ich mag das nicht. Ich mag das überhaupt nicht. Weil ich mich nämlich in dich verliebt habe. Ich mag das nicht.